Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Wir wollen uns einmal die Ausrichtung von YouTube-Kampagnen auf die Inhalte anschauen. Die Ausrichtung hier auf Zielgruppen ist relativ selbsterklärend. Hier Standort, Sprache, Gerät, demografische Merkmale und Zielgruppen. Das verstehen die meisten, aber wichtig ist hier die Ausrichtung auf die Inhalte, weil das ist so ein bisschen das Einzigartige an YouTube, dass wir eben genau sagen können, vor welchem Kanal oder vor welchem Video soll denn unser Video abgespielt werden. Ja, dafür gehen wir einfach mal rein hier in diese Videokampagne und dann haben wir, nachdem wir hier oben die Zielgruppen und die demografischen Merkmale eingestellt haben, können wir hier unten eben auf Inhalt basiert das Ganze targetieren. Ja, wir fangen mal an mit den Keywords und jetzt geht es auch schon los. Bei Keywords ist nämlich interessant, wir können jetzt Content targetieren, also Inhalte auf YouTube. Hier kann ich jetzt ganz konkret sagen, wenn jemand auf YouTube zum Beispiel nach dem neuen iPhone 14 sucht, dem könnte ich jetzt eine Werbung ausspielen. Wenn ich zum Beispiel mein Google Pixel oder so anbieten möchte, dann kann ich genau hier sagen, okay, wenn sich jemand über das neue iPhone informiert, vielleicht hat er es noch nicht gekauft, vielleicht kann ich den ja davon abbringen, eben dann mein eigenes Telefon zu kaufen. Für Keyworder ganz wichtig, wer den noch nicht kennt, hier unter Tools, wenn du hier drauf klickst, kannst du hier den Keyword-Planer aufrufen und der sieht so aus, dass du hier eben, ja, nach Keywords eingeben kannst, iPhone 14 und dann kannst du sagen, Deutschland, also Leute, die Deutsch sprechen und in Deutschland sind und dann lässt du dir die Ergebnisse kurz anzeigen. Genau, dann siehst du hier aktuell suchen 823.000 Leute im Monat nach dem iPhone 14. Das ist neu rausgekommen, deswegen gibt es hier eine hohe Nachfrage und von diesen 823.000 Leuten sind natürlich auch gewisse Leute auf YouTube. Man kann das hier leider nicht einstellen, es gibt nur Google und Google-Partner-Netzwerke, aber sei gewiss, dass auch viele Leute auf dem YouTube-Kanal eben nach iPhone suchen. Ja, das sind Keywords, auch relativ selbsterklärend und dann das nächste Thema sind, sage ich mal, Placements, das ist mir auch ein bisschen relevanter als Themen noch und hier ist jetzt das Wunderbare, dass du genau targetieren kannst, wo dein YouTube-Video ausgespielt werden soll. Zum Beispiel hier, wenn jetzt jemand nach Finanzfluss sucht, dann hat er hier genau, weil er auch so Thema Finanzen was macht, hat er genau seine Anzeige hier auf dem Finanzfluss-Kanal ausgespielt und wenn du das jetzt auch machen möchtest, kannst du halt eben auf diesen Kanal gehen, Finanzfluss, dann nimmst du dir die URL und dann kannst du die hier oben einfügen, dann sucht er ganz kurz und dann sucht er dir eben genau diesen YouTube-Kanal raus und jetzt haben wir genau, wenn jemand auf diesem Finanzfluss-YouTube-Kanal ist, dann wird meine Werbung hier ausgespielt. Relativ selbsterklärend, wenn du jetzt aber zum Beispiel ein konkretes Thema hast, zum Beispiel hier von diesem Mario Lochner, der hat hier ein Video gemacht, hier irgendwie über Investments, dann kann ich mir auch diese URL rauskopieren hier, das hat er hier zum Beispiel auch gemacht, das ist so eine sogenannte In-Stream-Anzeige, die eben vor diesem YouTube-Video kommt. Wenn dich das interessiert, unten auch in der Videobeschreibung ein paar Links dazu, da habe ich auch ein Video zu gemacht. Er hat auf jeden Fall gesagt, ich möchte entweder auf dem Kanal oder genau gezielt auf diesem YouTube-Video Werbung machen und dann kann ich das hier eben auch einfach reinkopieren und dann sucht er mir genau dieses YouTube-Video raus. Muss ich zurück auf Videos, genau, da hat er dieses Video gefunden, das kann ich dann auch hinzufügen. Kleiner Tipp hier an der Stelle, Kanäle, ja, wenn die schon 500 Videos haben, dann reicht das meistens erstmal, aber wenn du ein YouTube-Video raussuchst, dann solltest du meistens da irgendwie eine Liste von 10, 20, 30 YouTube-Videos einfügen. Das würde dann eben einfach dafür sorgen, dass das weiter ausgespielt wird. Ja, das dazu relativ selbsterklären, du kannst das Ganze auch mit Website und Apps noch machen, das kannst du dir mal anschauen. Und zu guter Letzt gibt es hier noch die Themen und Themen, das ist so ein bisschen weiter gefasst. Also wenn jemand jetzt sich über Themen von Finanzen interessiert, kann ich die anklicken. Das ist dann alles zum Thema Aktien, Girokonto, ETFs, dann wird das ausgespielt. Das ist natürlich weitaus größer gefasst. Du hast hier auf der rechten Seite, hast du hier immer so ein bisschen die geschätzte Leistung. Die ergibt sich aus deinem Budget hier oben, was du eingegeben hast. Ich habe hier jetzt mal 20 Euro eingegeben, plus das maximale Gebot, CPV. Habe ich auch ein Video dazu gemacht, kannst du dir mal angucken. Und der Targetierung. Und jetzt Thema Finanzen ist natürlich sehr weit gefasst, deswegen erreicht man dann hier auch viele Leute. Man kann das auch granulare aufbauen, indem man es hier aufklappt und dann zum Beispiel Leute, die sich vor allem für Investitionen interessieren. Und dann kann ich das Finanzthema rausnehmen, Investitionen und vielleicht für Kredite und Darlehens. Und dann richtet sich das danach. Genau, jetzt habe ich relativ wenige Aufrufe hier. Jetzt fragst du dich, aber ich habe doch Investitionen und Kredite ausgewählt. Hier ist nämlich ganz wichtig, das Ganze wird durch eine Und-Verknüpfung, also ich weiß nicht, ob du in der Uni oder in der Schule Logik hattest, Und-Verknüpfung heißt, ist das Gegenteil von einer Oder-Verknüpfung. Das heißt, alle Merkmale, die wir hier eingestellt haben, müssen zutreffen. Also wir haben Leute targetiert, die im Alter von 18 bis 34 sind, in der kaufbereiten Segment für Zielgruppe, sich für Finanzen und Investitionen interessieren und hier noch diese Videos abonniert haben. und diesen Kanal abonniert haben. Das macht natürlich keinen Sinn, deswegen könnt ihr jetzt hier mal das schon mal rausnehmen, auch das im Mobiltelefon rausnehmen. Und jetzt hätte ich genau weibliche Leute, die zwischen 18 und 34 sind und sich für Kredite und Investitionen interessieren. Genau, und jetzt siehst du, anstatt 10 steht hier 1100 bis 3700, sprich die Zielgruppe ist wieder weitaus größer geworden. Ja, das musst du dir überlegen, hast du ein allgemeines Angebot oder hast du ein spezifisches Angebot? Du kannst eben durch die Targetierung hier sehr genau sagen, wie du eigentlich haben möchtest. Wichtig, wähle die Zielgruppe nicht zu klein, weil sonst gibt Google einfach nur dein Geld aus oder spielt das Video gar nicht aus. Du solltest hier immer gucken, dass hier eine gewisse Aufrufe oder Impressionenzahl möglich ist. Das zum Thema Zielgruppen. Ich hoffe, dir hat das gefallen. Gerne jetzt, wenn du sagst, ich würde das lieber abgeben, hier nochmal einmal meine Agentur. Link unten in der Beschreibung und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.